Herzlich Willkommen zu Skywars auf den TheWaste.net Server. Es gibt ein neues, großes Update von Skywars. Und wie man sieht, es gibt jetzt tägliche Herausforderungen. Diese habe ich bereits schon geschafft. Und es gibt zwei neue Kids. Einmal den Link und einmal den Teleporter. Wir nehmen den Link. Und da hinten stehe ich schon als Top 3 wöchentlicher Spieler. Geil! Und Robo darüber. Naja, Robo. Naja. Der hat sich nämlich aufgeregt, dass ich ihn heute ein bisschen geärgert habe. Hehehehe. Ich bin schon Bad Boy. Okay. Ich glaube, das startet mit einer Lederrüstung. Das sehen wir ja jetzt gleich. Und nur mit 5 Herzen, was wirklich wenig ist für diese Challenge. So, da fahren wir schon ein Diaschwert und können eigentlich direkt in die Mitte. Aber ich habe ja alles. Es wäre schön, wenn mein Teamkollege... Hier hast du ein Diaschwert, falls er das braucht. Oh, hat er runtergeschmissen. Okay. Sehr freundlich. Meine Geschenke einfach runterzuschmeißen. Das merke ich mir auf jeden Fall. So, dann sind wir schon in der Mitte. Er kann die Kiste oben haben. Die will ich nicht haben. So, die Errüstung ist sehr, sehr wichtig jetzt für Link. Ach, der denkt einfach, er kriegt hier nochmal was. Ja, dann gehe ich halt da hin. Mann. Statt, dass er da einfach in den Turm machen geht. Nee. Er geht mir einfach hinterher. Was ist das denn für ein lause Bube? So, das ist leider meine Kiste schon. Nur da ist leider nichts zum, was ich brauche. Und Flosch ist in meinem Team. So, dann... Achso, oben sind welche. Ich bräuchte nur ein paar Kills, damit ich zumindest gleich auf... Eigentlich ist das Kitz richtig scheiße für Sky Wars tatsächlich. Weil, ja, wie ihr seht, ne? 5 Kills ist jetzt nicht besonders... Ach Gott. Hab ich das hier hingebaut? Okay. Der unten ist alleine, sehe ich gerade. Ach Gott. Okay. Ich muss den jetzt töten hier. Er rand weg. Und mal schauen, ob ich ihn kriege. Rein für dich müsste ich ihn haben. Ja, habe ich auch. Nice. Auf jeden Fall. Äh, Diamantschuh anziehen. Das, 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 das. Das bräuchte... Oh mein Gott. 15 XP Flaschen. Nice. So, jetzt haben wir, wie ihr seht, ein Herz mehr bekommen. Und ich gehe mal eben... Ach Gott, da kommt schon direkt jemand Neues. Äh, ja. Dann mache ich wohl erstmal hier zu. Weil ich... Eben schnell entscheiden möchte. Höchstschluss und... Schärfe. Nice. Da ist jemand über mir, glaube ich. Ich bin mir nur nicht sicher. So, jetzt... Bleib ich mal ganz kurz hier. Ich hab so viel Schrott, ne? So, auf jeden Fall das schon mal benutzen. Dann warst du Essen. So, und... Jetzt... Oh, nee. Hab... Oh, ich hätte die Spitzecke mitnehmen sollen. Ja. Hätte ich mitnehmen sollen. Habe ich nicht. Habe ich nicht gemacht. Deswegen machen wir es einfacher. Ach, Feuerzeug haben wir auch nicht. Ach, toll. Okay, dann muss ich das hier... Ach, komm, ich brauche mich da durchs Holz. So, jetzt leichter. Ach, nee. Da ist einfach mehr Holz. Drunter. Hinter. Wie man soll man nennt. So... Ach, Mann. Wie viel Holz ist denn da? Egal. Damit ich keiner hier überraschen kann. Mach ich das Ganze mal so. So. So, dann müsste jetzt hier eigentlich... Häuser von was? Nee. Hier ist einfach keiner. Ich möchte hier erstmal den Müll hier wegwerfen. So. Kann ich mir mal ausrüsten. Und... Ja. Jetzt müsste ich mir erstmal hier einen Überblick verschaffen. Uh! Okay. Das war es dann schon. Ach, Mann. Okay. Wir machen nur eine schnelle Runde hinterher. Und zwar auch mit dem Ding, aber eine kleinere Map. Die gehen nämlich meistens schneller. Äh... Ach, nee. Ich möchte eigentlich von dem Map überhaupt... Ach, Highway. Highway, Highway, Highway. Ja. Schon voll. Können wir auch direkt Start machen. So. Start. Mit drei Spielern. Ist das natürlich sehr nice. So. Hab. Peng, peng, peng. Weg damit mit dem Müll. Als ob schreibt da eine Typ. Als ob. Als ob was. Beschwer, dass ich das hier so wenig Spieler sind oder was? Okay. Aber. Ich hab leider kein... Zeit! Okay. Das war's mit Skywars. Ich glaube, der Gott, der will nicht, dass ich Skywars spiele. Okay. Das war's dann, ne? Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann, euer Kamito. Und ciao. So. Ichse...